Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte am 27. Februar eine neue Ära der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik an. Er schlug die Einrichtung eines Sonderfonds in Höhe von 100 Milliarden Euro vor, der für die Aufstockung des Militärs verwendet werden soll. Die jüngste Erklärung für den Fonds lautete, dass er Deutschland helfen werde, von nun an mindestens 2% seines Bruttoinlandproduktes für die Verteidigung auszugeben. Die Forscherin Alexandra Marksteiner vom SIPRI-Programm für Militärausgaben und Rüstungsproduktion sagte dazu, Zitat, wenn der Vorschlag von Scholz umgesetzt wird, würde dies den größten absoluten Anstieg der deutschen Militärausgaben seit mindestens dem Zweiten Weltkrieg bedeuten. Die jährlichen Ausgaben würden allein im Jahr 2022 um 50% steigen. Dies würde Deutschland an die Spitze der Liste der weltweit größten Militärausgaben katapultieren. Unter sonst gleichen Bedingungen würde Deutschland von Platz 7 im Jahr 2020 auf Platz 3 vorrücken, hinter den Vereinigten Staaten und China und vor Indien und Russland. Eine aktuelle Umfrage ergab, dass 53% der Befragten das harte Vorgehen der Bundesregierung für angemessen halten. Weitere 27% sagen, es gehe nicht weit genug und nur 14% sagen, die Maßnahmen gehen zu weit. Noch vor einem Jahr hätte die große Mehrheit eine solche Kehrtwende abgelehnt. Nun sind 80% für höhere Militärausgaben. Obwohl Deutschland noch nicht die starke Führungspersönlichkeit hat, die es braucht, ist es bereits auf dem Weg, eine beeindruckende Militärmacht zu werden. Für viele schien ein solch dramatischer Wandel lange Zeit unmöglich, als der verstorbene Herbert W. Armstrong den militaristischen Aufstieg Deutschlands vorhersagte. Als das Land in Trümmern lag, spotteten viele über ihn. Aber die biblischen Prophezeiungen, auf die er sich stützte, drehten nun ein. Am Ende des Zweiten Weltkriegs warnte Herr Armstrong, Zitat, Wir kennen die deutsche Gründlichkeit nicht. Von Anbeginn des Zweiten Weltkriegs haben sie in die Möglichkeit in Erwägung gezogen, die zweite Runde zu verlieren. So wie sie die erste verloren haben. Und sie haben sorgfältig und methodisch für solch einen Fall geplant, nämlich die dritte Runde, den dritten Weltkrieg. Aber nun sehen wir, wie Amerika Deutschlands Aufstieg feiert und unterstützt. Die Botschafterin der Vereinigten Staaten in Deutschland, Amy Goodman, sagt in Berlin, Zitat, Wenn Deutschland nicht die Führungsrolle in der Europäischen Union übernimmt, werden wir alle zusammen schwächer sein. Frau Goodman zufolge besteht zwischen Amerika und Deutschland ein sehr hohes Niveau an Vertrauen. Zugleich forderte Goodman aber eine dauerhafte Führungsverantwortung als stärkste Wirtschaftsmacht in Europa und sagte, Deutschland müsse auch eine führende Rolle in der NATO übernehmen. Sie begrüßte auch die Entscheidung Deutschlands, seine Militärausgaben drastisch zu erhöhen und amerikanische F-35-Kampfschätze zur nuklearen Abschreckung anzuschaffen. Es wird immer deutlicher, dass die Ukraine-Krise Deutschland dazu veranlasst hat, in der Europäischen Union eine stärkere Führungsrolle zu übernehmen. Goodman ist der Meinung, dass die Ukraine-Krise Deutschland für eine größere Verantwortungsübernahme qualifiziert hat. Aber hat sie das tatsächlich? Als Reaktion auf die Ukraine kündigte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz eine groß angelegte Militarisierung, als eine seiner obersten Prioritäten an. Ein zweites Versprechen war, der Ukraine zu helfen. Inzwischen hat die deutsche Militarisierung zugenommen, aber die Unterstützung für die Ukraine ist immer noch unzureichend. Unter dem Titel Deutschlands dreifache Blamage bei Waffenlieferungen schreibt die Welt, Zitat, In den deutschen Militärarsenalen gibt es keine Waffen für die Ukraine und die Idee, neue Waffen für Kiew bei deutschen Rüstungsfirmen zu kaufen, macht keinerlei Fortschritte, Zitat Ende. Dennoch vertrauen die USA Deutschland zunehmend und preisen seine Schritte zu mehr Unabhängigkeit. Am 15. März schrieb der Chefredakteur der Posaune, Gerard Flury, Zitat, Als Deutschland vor zwei Wochen seine Wiederbewaffnung ankündigte, begrüßte Amerika die Entscheidung mit großem Beifall. In den Tagen danach besuchte der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck Washington. Der Spiegel schrieb, Habeck sei mit offenen Armen empfangen und von der amerikanischen Führung mit Wohlwollen überschüttet worden. In der Bibel verurteilt Gott Amerika und Großbritannien und die anderen modernen Nachkommen des alten Israels dafür, dass sie ihn verlassen haben und ein Brand sind für ihre Liebhaber. Und wobei ertappen wir uns heute? Beim Aufrüsten zweier kriegerischer Nationen unserer historischen Feinde mit atomarer Feuerkraft. Dies ist ein wirklich gefährlicher Fehler, Zitat Ende. Gott warnt, darum übergab ich sie in die Hand ihrer Liebhaber, der Söhne Assurs, für die sie in Brand war. Die modernen Nachfahren Assurs bzw. Assyrer sind die Deutschen. Gott sagt, dass er Amerika in die Hände der Deutschen beantworten wird. Es ist sehr gefährlich, Deutschland so bedingungslos zu vertrauen. Deutschland ist jetzt militärisch, wieder auf dem Vormarsch. Könnte es sein, dass die Vorhersage von Herrn Armstrong und der Bibel wahr ist? Eines Tages wird Deutschland lernen, seine Stärke zum Guten zu nutzen. Aber die Bibel offenbart, dass Gott diese Nation, das moderne Assyrien, als seine Route zur Bestrafung benutzen wird, wie in Jesaja 10, 5-7 lesen, bevor er Deutschland als eine führende Nation zum Guten benutzen wird, wie wir in Jesaja 11, Vers 16 und Jesaja 19, Vers 23-24 lesen. Beobachten Sie weiterhin die Welt, in der wir leben. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite dieposaune.de. Fragen und Kommentare können Sie an info at dieposaune.de schreiben. Mein Name ist Josia Mischels. Bis zum nächsten Mal.